Hallo, ich bin Jan von MonkeyRant und heute machen wir kein richtig langes Video, aber eine kurze Vorschau auf das, was wir momentan für euch in Planung haben. Denn wir haben ganz neu am Start jede Menge Blackmagic Design Material, nämlich ATEM 1ME 4K Production Studio Mischer sowie HD Television Pro Mischer und jede Menge Hyperdex und und ein Live-View Solo SDI und HDMI Encoder. Das alles demnächst als Video und natürlich auf jeden Fall bei uns im Studio. Bis gleich.